Sooo! Und damit hallo! Hallo, könnt ihr mal die Fresse halten? Ich bin gerade auf Sendung, Mädels. Du hast keine Sendung. Was? Na, wie wäre das? Nehmen wir gerade auf. Wir haben noch nie angefangen mit der Folge. Na ja, das schalte ich gerade raus. Wo bin ich? Das dürfte ich auch gerne ein bisschen. Geh mal den Leuchtturm rein, waren wir da schon drin? Aber das Problem ist, du hast, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Weißt du, ich habe nicht zugehört? Doch, natürlich habe ich den schon gesehen. Es gibt zwei Folgen. Ja, ich weiß. Und dann leuchtet schon bis es am Dunkeln. Ich schlage langsam für die Bibel, bis sie bereit sind. Geil. Ich weiß nicht. Aber nicht oft gesehen, sag ich mal. Wolltest du dir nicht nach jeder Folge neun Buchstaben geben? Ja, das hast du schon geklärt. Ja. Ja. Und darum ein blöser Geist weg. Aber du hast keine Sachen verflucht. Und dann habe ich mich verbessert, weißt du? Okay. Ja, ich bin ja auch fertig. Und da kriegen wir wahrscheinlich fliegen und hätten ganz einfach nach unten hinfliegen können. Aber egal. Oder fliegen kriegen wir ganz unten. Da waren wir doch gerade drin. Ja, aber so schön. Oh Gott. Das habe ich schon bei Pokemon immer gehasst. Was? Wir sind nicht für Pokemon? Ja, nein. Habe ich damals schon bei den Originalspielen immer gehasst. Wenn alle Häuser und alle Leute abfangen, ging mir immer total auf die Eier. Ja, das war aber geil. Die meisten haben nur so Bullshit genommen. So wie, ich kündige meinen Komm an und so. Ja, genau. Nee, ich ruf dich vorher nochmal an. Aber die Freundschaft zwischen Pokemon und Menschen ist auch nicht zarträglich. So ein Scheiß. Wir können die Pokemon nur solche Bimbo sein, dass sich immer in solche Bällen lassen, nur wenn ich sie zum Kämpfen rauskomme. Naja, wir haben sonst keine Beschäftigung. So nochmal kurz ihm unser Turtok geben. Ja, los. Immer wieder gerne. Turtok war... Oha, selbst Turtok ey. Die Tür ist echt heftig. Oh Gott. Hast du ja keinen Turtok? Ja, wegen des Starter. Oh Gott. Na doch mal den Polizisten. Kleinstein. Ja, da musst du außen rum. Kleinstein. Vielleicht, wie gesagt. Wie kommt er da rein? Das ist so wie bei Tier-Internet-Roboter. Kleinstein setzt aus Verzweiflung Finale ein. Sprengt ihm die Eier weg. Ey, das ist jetzt auch weg. Das hat Misty-Doc mitgenommen. Oh Mann. Oh Colin, das ist kein Grasprogramm. Nee, nee, nee. Oh, ich will keinen Schutz dafür verbrauchen. Du hast Angst vor Zecken, ne? Ja. Die können bis zu zwei Meter weit springen. Oh, sie hatten ja nur einen Rocker. Das ist gefährlich. Die übernehmen richtig lange, ey. Außer man quetscht sie zu Tode. Oh, der andere. Selbst da, die sind vor allem auch voll schwer zu zerquetschen. Na, das kommt noch dazu. Na, du. Route 1. Immer noch? Schönen. Achte auf Versteinerheit. Schon wieder gehen. Ja, weil wir nochmal vorbeikommen sind. Okay, ich habe eben noch nicht Schutz. Kann man nicht Schutz auf Dings select oder auf irgendeine Dings-Taste machen? Nein, das geht nur bei Basis-Items. Das war schon immer so. Nee, das tut ja auch Blödsinn. Schutz kann ich auch auf Select machen. Man kann jedes Einem auf Select machen. Nein, nur Basis-Items, Junge. Natürlich, ich habe Schutz auch immer gemacht. Nein, hast du nicht. Was willst du denn mit dem Pokéball auf Select? Oh, scheiße. Also, wir werden ja nicht von der Polizei gezogen. Nee, wir nicht. Weil Michael ist ja schon gut. Hey, hast du Mädchen gesehen, dass es ungefähr so aussieht? Oh, okay. Ich liebe diese Polizisten, ne? Hast du Mädchen gesehen, dass es ungefähr so aussieht? Hey, immer noch gleiches Bild. Sie haben ja keine Ahnung. Hey, Mann, was ist los mit dir? Wollen wir mal kriegen? Ich verstehe ihn nicht. Das ist genau das, wo ich draufstehe. Ah, also Mautzi... 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 Das ist schlecht. Also ich respektiere, das ist total ein Ding. Umso abhörtlich ich bin. Mautzi... Das ist eine offene Meinung. Also, ja, ui, das ist so. Ganz ehrlich. Tut mir leid, hier hat er gesperrt. Kommt dich durch, herr. Jetzt wurde in dieser Organisation drei Pokémon ein eh so wie ein Zerr gestorren. Ganz schlimme Sache, ey. Alleine. Und hier tut mir leid, aber hier ist immer noch gesperrt. Ganz viel wurde gestorren, weil du bist mäßig, nicht immer fragen. Okay. So, das wird wirklich mehr scheiße. Ich bin von dem Bullen angegriffen. Der will angreifen. Das ist die Arena, oder? Nee, er ruft Klübel. Das ist der Ausgang von einem Teil irgendwo. Ich weiß nicht, wir gehen davon aus, dass hier... Ah, das haben sie gar nicht gehört, ey. Das kannst du da... Oh. Das ist auf der Aufnahme drauf. Ich hab's zwar jetzt nicht gehört, aber ich guck's mir dann noch mal an. Zu wissen, was du gerade gesagt hast. Oh Gott. Kannst du da ins Haus rein, weil ich glaub, da kommst du ohne Stop überhaupt nicht ran. Oh. In das Haus da. Oder kommst du... Okay, da kommst du durch. Ich sah so aus, als würde es da nicht durchkommen. Aber waren wir da schon drin? Keine Ahnung. Ich will nicht auf Fanshow. Und hier ist definitiv ne Arena. Das ist gar nix. Na klar in der Höhle. Ja, da ist was. Route 7. Ok, wo kommen wir da hin? An den A-Streifen. Route 42. Wow. Hier finden wir die dritte und die erste finden wir nicht. Oh Mann. Was ist die erste. Die erste muss mir gegen Behind Eish kämpfen. Wow, es geht jetzt. Ah, hier war das. Versäuchte Gebiet. Ich will mich lieber nochmal in der Stadt umschauen. Kannst du nicht auf der Karte gucken, wo die Nächste sind? Nee, wir haben nur die großen Städte. Mega groß City, Mann. Das ist groß, mega groß. Das sind drei Gebäude. Eines ist ein Wohnhaus, ein Pokémon Center und ein Markt. Ja, mega groß City, Mann. Schutzhaut nicht mehr, Colin. Ja, Kalium muss jetzt nicht alle Schutzhaut. Doch, muss ich. Wo haben wir sie sonst gekauft, Junge? Um sie in der Stadt zu behalten, damit wir sagen können, wir haben Schutz. Ja, vor Akne, vor... Da, das sieht doch gut aus. Nee, das ist ein Labor, oder? Ja, ich hab das ausgedrückt. Mehr als Forschungslabor. Vielleicht ist das auch auf jener so. Kombi-mäßig. Oh, Meryl im Tank angesperrt. Und irgendwas auf dem Tisch sitzt. Urlob. Das ist ja mal am Wort. Ich hab voll schon was am Pokémon. Was liegt denn auf dem Tisch? Eine Leiche, eine aufgeschlitzte Leiche. Vom Volnona? Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Dieses N-Tonsiziert sich nicht von alleine. Aber könntest du mir eventuell einen Tour-Talk besorgen? Oh, schon wieder! Echt? Du hast einen Tour-Talk? Kannst du es mir morgen vorbeibringen? Alter, der will morgen unseren Tour-Talk sitzieren. Warum nicht? Okay, morgen kommen wir noch mal zurück. Nein, ich will einen Tour-Talk. Wo ist jetzt die perfekte Arena? Hier ist garantiert eine. Wer weiß, ob hier überhaupt einer ist. Wir vermuten es. Vielleicht die alte Oma da. Schutz hört nicht mehr. Die Oma ist die Arenaleiterin. Ja. Bestimmt. Okay, hier ist keine Arena. Nein. Dann war da zur nächsten Stadt irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber da ist doch nichts mehr, oder? Da ist doch gar nicht mehr eine Stadt. Kakao. Na, wo ist das? Na, Kakaos. Ja. Da waren wir noch nicht, ne? Da habe ich mal Kakao mit. Warum? Echt auch nicht? Warum trinkst du den Kakao? Warum? Mit kaltemilchen. Sehr schön, sehr schön. Da muss man auch. Warm, warm, warm Kakao und dann kaltemilchen rein. Nein, nein. Ist doch kein Geiler. Nein, ihr habt doch alle keine Ahnung. Ja, Kunstbanausen. Kunstbanausen. Ich mag kalt und laubarm, aber nicht heiß. Ja, heiß. Warte. Heiß, heiß. Heiß, heiß. Heiß, heiß. Heiß, heiß. Heiß, heiß. Heiß, heiß. Nein, das darfst du nicht. Die Schwimmelgäu. Da lache ich jetzt. Tolle. Worüber? Darüber, dass da jetzt ein Pokémon kann, weil du es verdammt hast. Achso, nee. Ich wollte erst mal sehen. Achso. Du bist aber gefloid. Ich wollte dieses Level 2 Topsy unbedingt finden. Kannst du da nicht nach links? Was ist da links? Rechts. Wahnsinn. Nichts. Nichts. Geil. Eine Abkürzung. Also ist das gut. Wahnsinn. Tchua. Ja, ich bin ein Seger. Wie man da nichts schafft. Ja, weil wir jetzt grad nicht wissen, wo wir hin müssen. Doch, auch ich weiß. Ja? Gott, profond. Gehen wir zu Wikipedia. Dadam. Ha! Jetzt erstmal Schutz reinknüllen. Warum schlimm? Ja, warum nicht? Mann, wo ist der perfekte Ausgang? Ja, weiter. Ich würde den Weg einfach folgen, das hilft manchmal. Nein. Ja, doch. Du musst den Weg holen. Du musst den Weg holen. Nee, nicht da. Unglaublich. Ich gehe vor mir zum Wasser und da gehe ich dann rechts rüber. Passt du. Da, 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 da. Marschieren. So. Es ist Zeit für euch. Genau. Das sage ich jetzt lieber nicht. Ja. Wir haben uns das verstehe. Boah, das war perfekt. Und unsere Aufnahme darf niemals an die Öffentlichkeit gelassen. Aber darf man sagen, ey, ich bin eh nicht, ey. Das geht doch noch ruhig. Ja, bist du ja auch. Ah, cool. Ja, stimmt. Jetzt provozierst du das Gras exakt. Ja, muss man wieder durch die Höhle gehen. Ja, ein Glück. Ach so. Durch den Berg durch, ja. Ja. Das macht irgendwie keinen Sinn. Perfekt. Ach so klein. Oh Mann. Alter verdammt. Mann. Wo? Wo ist hier dran? Oh. Noch ein Schutz ein. Bin ich hier richtig? Keine Ahnung. Okay. Jetzt ist es wieder aus. Schutz tut dich mehr. Vielleicht kommt wieder ein Yeah. Guck mal. Einen Kürze doppeln. Nein. Das heißt, es ist doch nach morgen auch wirklich so viel. Schutz ist auch vom Willen. Yes. Es ist doch nach morgen auch wirklich so viel. Das war irgendwie leicht. Ja. So, das war's. Okay, ich geh noch da. So, das war's. Der Weg. Wink. Dieser Weg wird kein leichter. Oh, heftig. Na fettig? Dieser Fettmobst ist gestern, ich kann spielen. Hmmm. Hmmm. Mmmm. Hmmm. Kawus. Mann, ich hasse diesen Tunnel. Der Feldtunnel ist leichter, den schaff ich blind. Ich bin immer noch irgendwas falsch, man kann... Das lass ich erstmal. Oder auf irgendeine andere Auswahltaste. Den mittleren unternehmen oder so? Ich spreche runter. Würde ich auch mal sagen. Ich glaube, das ist nämlich wieder nur ein Zug zu kommen. Zombie, hey, soll ich dich durch den Tunnel tragen? Ach, der ist das hier. Das ist der Geile! Das ist so nett. Sehr nett. Okay. Sprech die mal an. Eingang gebracht. Was? Irgendwas dran. Okay. Jetzt kannst du auf einen Weg laufen, Colin. Von ihm. Wenn ich den gleich sehe, dann ist er erledigt. Oh ja. Oh Gott. Das sind unser schlauer Meier mit seinen durchdringenden super Augen. Du darfst halt nicht mal mit den fremden Leuten mitgehen. Da ging es nicht weiter, Colin. Besonders wenn du mal Asker bist. Mann, wo muss ich hin? Oh Gott. Sie lässt sich im Pokémon. Unser Professor ist noch verzweifelt. Äh, wofür ich? Schau, es wird auch nicht mehr drauf. Ja, schnell eine Sonderbombe holen, dann sind wir sicher. Oh Gott. Hättest du dich den Schutz gekauft, dann würde ich jetzt durchdrehen. Ja, das wäre echt so. Ich find's witzig. Dann bist du halt 10, 20, 20. Ich hätte mir schon jähr gesagt. Jetzt musst du nochmal im Kreis gehen. Nee, da geht er noch lang. Sieht gut aus. Äh, hä? Da waren die Bälle drin. Ja. Drei Stück. Da waren Askers Bälle. Ah. Da eine Leiter, aber die führte nach oben. Die führte da zum Drachen. Wo wir nicht hinwollten, weil Maike da gestorben ist. Ob ihre Leiche dann funktioniert. Ich frag mich ja, ob die Schutze ausweiten. Ausreichen. Ich glaub dann auch, hier ist schon wieder im Kreis. Bin ich ja gerade überhaupt richtig? Das muss nach unten erstmal. Glaub ich. Ich glaub jetzt, ja, die... Dann bist du wieder nach rechts. Nee, nicht nach rechts. Doch, nach rechts. Nee, das ist ja alles eine. Ja, genau. Da, genau. Da, genau. Ja, diese Wand hier kommt mir ja bekannt vor. Da wieder hoch. Die Tatsache, dass es immer noch eine Leiter gab. Okay, jetzt bist du wieder da. Oh. Das ist aber im Kreis, oder? Das wird's wirklich näher. Yeah. Na also. Yeah. Die Belohnung. Einmal ein Yeah für zwischendurch, kein Nischar. Okay, sicher ist sicher. Die Karte ist in Ordnung. Die Karte sagt alles. Okay. Macht's dann. Müssen sie vielleicht verkehrt rumlesen. Oh, wo muss ich hin? Du bist wieder am Eingang. Hättest du diesen Spass... Hey, da ist er wieder! Hättest du diesen Spass... Hättest du diesen Spass, den ich dich tragen lassen? Das ist echt sehr... Hättest du dich freuen! Hey, verarschlich! Hey, verarschlich! Hey, verarschlich! Hey, verarschlich! Hey, verarschlich! Du bist wieder rechts an dem Blondie vorbei! Dann sind wir wieder bei der Stelle, ne? Du, 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 du! Ja, weil die sind dann nach rechts und dann beim Blondie nach oben. Genau! Da ging's nicht weiter. Oh, hier? Dann musst du hier lang, ja. Bleibt nur der Ding. Genau, weil Treppe ist ja schön zu leer. Ja, läuft! Treppe greift an! Die Treppe umwickelt dich. Du, 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 du! Du, 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 du! Du, 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 du! Ja, hier bin ich jetzt richtig! Ja! Hab ich doch gesagt! Genau, Steffen! Du bist echt klasse! Du bist so eine riesige Hilfe! Hättest du mal von Anfang an auf die Hilfe! Du bist so eine riesige Hilfe! Hättest du mal von Anfang an auf die Hilfe! Dann wärst du nicht ständig ins Kreis gelaufen! Boah, das ist dicker! Da ist der Tapsack wieder! Und da ist einfach wegschimmen und dann hochgehen einfach! Du, 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 du! 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 Du, 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 du! Du, 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 du! Du, 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 du! Sehr gut! So, da runterspringen und dann wird er von ihm gleich reden! Mit dem da, den ansprechen! Erstens speichere ich! Ha! Okay, und dann den ansprechen! Nicht, dass ich für den Nein sage, er mich trotzdem durchdreht! Nein! Okay! 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 Du kannst ja meinen, okay? Ich bin schon ein großes Mädchen! Okay! Ich bin schon ein großes Mädchen! Was war da noch? Geschafft! Schutzwirt nicht mehr! Alles klar! Dann beenden wir hier! Den Stein! Das ist bloß ein Stein! Denkvolle! Deswegen sind auch von ihm immer relativ erwartet! Ich glaube! So! Okay! Weee! Oh, Arena und so! Arena und so! Hier sind wir, glaube ich, zum ersten Mal! Vor Arena und so! Ja! Genau! Da dann mal abschleichern und dann war das eine spannende Folge! Wenn es hier passiert ist! Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschülü! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.